Hallo, mit diesem Video möchte ich dich ganz herzlich einladen, meinen Kurs über die Java Server Faces zu buchen. Dieser Kurs ist ein Online-Videokurs, du kannst ihn also ganz bequem zu Hause an deinem Computer oder auch am Arbeitsplatz oder auch in der Bibliothek dir anschauen und wirst in die Technologie der Java Server Faces, welche eine Teiltechnologie der Java Enterprise Edition ist, eingeführt. Die Technologie der Java Server Faces wird momentan von vielen Unternehmen angefordert. Die Java Server Faces eignen sich nämlich ganz besonders für große Webseiten, die eine Menge an HTML-Formularen haben und bieten die Möglichkeit, die HTML-Formularfelder mit einer Bean, welche sich im Backend befindet, automatisch zu synchronisieren und Konvertierungen und Validierungen in diesen durchzuführen, auch eine Navigation zwischen unterschiedlichen Seiten durchzuführen, sowie auch ein Templating-System anzuwenden. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Java Server Faces zu erlernen, um bessere Jobpositionen zu haben oder gar den Einstieg in einen neuen Job zu finden. Die Java Server Faces möchte ich gerne mit dir praktisch anhand von Eclipse, der Entwicklungsumgebung und dem Apache Tomcat als Container besprechen und innerhalb des Kurses mit dir zusammen ein kleines Beispielprojekt entwickeln, sodass du die Java Server Faces ganz praktisch kennenlernen kannst. Buche diesen Kurs jetzt. Unten rechts siehst du den Button. Wenn du diesen Kurs in einem Buch haben möchtest, so musst du gleich 30 oder 40 Euro für diesen Kurs bezahlen, für die Inhalte bezahlen. Wenn du diesen Kurs gar als eine Präsenzschulung durchführen möchtest, dann musst du mehrere tausend Euro für die Kenntnisse der Java Server Faces bezahlen. Das ist es auch wert. Du kannst allerdings jetzt diesen Kurs, wenn du den Link unten rechts nutzt, für nur 10 Euro buchen und dir dieses Wissen aneignen. Nutze diese Gelegenheit jetzt und schreibe dich in den Kurs ein, damit du in dieser Technologie bewandert bist.